Hallihallo liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Super Mario Maker 2, heute mit dem Manu, dem Maudado und dem Zombay. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Video. Oh, was hab ich denn für einen krassen Anzug, Alter? Was hast du denn für einen krassen Anzug? Was ist das? Der Ninja-Anzug, den Manu nicht hat. Wo hast du den her? Ich hab die Ninja-Dinger gespielt halt. Kann man das noch machen? Ja, du musst nur einfach nur jedes Ninja-Level da einmal gespielt haben. Krass. Das muss ich mal eine gute Zeit haben. Achso. Das wird sowas von gemacht. Bei nicht guter Zeit hattest du mich. Darf man nicht immer. Ja. Nimm ruhig. Wer ist tot? Oh. Ich bin tot. Nimm's doch. Alter, wer auch immer Luigi ist, ne? Und? Kannst du? Jawohl. Da ist eine Zehnermünze links. Rechts. Kommt ihr nochmal? Wir entdecken gerade was. Achso. Wir auch. Das Level-Ende. Ach, du kam? Ernsthaft? Nee. Aber bestimmt gleich. Ja, redet mal einfach so, damit die Zuschauer mal was sehen. Äh, ja, Spikey's. Äh, Tiere hier zum, äh, ja. Okay, ich komme. Irgendwie komme ich da alleine nicht hoch. Und irgendwer hat mich alleine gelassen. Da ist ein Pilz drin. Wer denn? Schnapp ihn dir, Klaus. Sehr gut gemacht. Komm mit. Ich begleite dich. Ich hab den Pilz gewusst, ich komme. Na, und dann gehen wir hier hoch. Das ist so schön. Oh, da gehen wir rein. Und dann kommen wir hier hin. Und dann muss ich hin. Dass die anderen auch nicht mal überlegen zu warten. Oh, sorry. Nö, wo, wozu denn? Ups, Adi, du hast schon einen. Ach, du Kacke. Mann, das andere Mario ist viel besser. Das stimmt. Da reagiert er. Welches ist der andere drei? Das andere, was wir gerade spielen, Manu und ich. Die, die. Ach so. Das ist das Ding. Wo ihr einfach bei jedem Sprung irgendwie runterfallt, weil die Steuerung selber so dumm ist. Nein, nein, Manu. Weil ich aber unfassbar schlecht bin. Ja. Und Klaus carriert mich die ganze Zeit. Das ist so krass. Wirklich. Ist ja mein großes Mario-Idol. Kann nicht jeder. In dem Mario würde ich dir die Eier langziehen, Sunway. Nicht im Leben. Also so wie ihr spielt, ihr sterbt doch einfach durchgehend. Ich bin doch kein einziges Mal gestorben. Er ist halt echt frustriert, das schon zu sehen. Er taunt und er ist gerade ziemlich toxic dafür, dass er wahrscheinlich noch schlechter als wir wäre. Das stimmt, ja. Okay, Manu, du bist raus. Ich brauche einen neuen. Mario war meine Kindheit einfach. Ach, meine Nische oder was? Du hast den Delay, du hast die Ausrede. Klaus hat einfach nur keine Ausrede. Natürlich habe ich eine Ausrede. Ja, sag. Es ist schwer. Und er tut ja auch nur so. Also davon ab, er tut ja nur so, dass er so schlecht ist. Und nicht so schlecht dasteht. Oh, für die Videokomedy. Genau. Genau. Geht das Level irgendwie dreieinhalb Stunden? Keine Ahnung, also wo seid ihr denn? Ich bin schon im 70 Stock jetzt. Bist du ernsthaft? Oh, ich bin bei Inbowser bin ich gerade. Ist sehr angenehm bei Ihnen. Did it feel good though? Ja. Also ich bin jetzt bei 6F, glaube ich. Wozu steht das F? Jetzt bin ich bei 82. 90. Komm schnell, Maudato. Schnell. Ah, zu spät. 98. Wo ist die 100? Oh, ich sehe euch. Ihr werdet mir angezeigt. Ich habe hier die ganze Zeit Boots A. Ich bin in 10F, von 6F in 10F. Hä? 25F. Komm her, Boots A. Wir brauchen einen Boots A. Den musst du umbringen. Bring ihn her. Ja, hier ist es draußen Paus. Wir sind seit 100 Millionen Paus. Ja, dann mach doch. Warte, warte, warte. Der kommt in der Mitte. Der kommt in der Mitte. Der muss aber runterfallen. Der muss runterfallen. Null. Der muss da reinfallen. Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe. Achter, ich kenne ihn jetzt. Wow. Ihr seid echt. Also es ist cool, ne? Wow, Maudato hast du dich umgebracht und beide zu spawnen. Nee. Habe ich wirklich nicht. Aber. Ja, vielleicht wartest du bis Bows oder? Nee, ach, ich respawn doch direkt wieder. Ruhig, Brüi. Ruhig. Ich bin bis jetzt noch nicht gestorben in dem Level. Ah, du bist gar nicht bei dir. Ah, das wurde mir nur ganz kurz angezeigt. Ach so, nein, nein. Ich meinte gerade der, der Pau respawned. Ey, Leute, könnt ihr mal hochkommen, bitte? Wir sind unterwegs. Das ist immer in meiner Folge. Ich würde das gerne zeigen hier. Wir brauchen den Bowser langsam mal wieder. Ich weiß nicht, ob wir den Bowser. Ich bin, ah, hier ist Bowser. Ja, toll. Warum geht der denn immer zu den, zu den Letzten? Aber der ist gerade bei mir. Ah, der ist bei mir? Ja, ich bin ja jetzt da. Ja, bin dead. Toll. Schön, dass ich hochgekommen bin. Hat sich gelohnt. Ich mach nochmal von vorne. Ja. Oh, komm, wer ist denn da in dir? Ja. Lol, er hat's auf den Kopf. Was zur Hölle, du Cheater. Hallo. Hi. Wir sind da, bei den anderen. Ich hab ihn. Ja, und wo ihr jetzt hin? Hier rein. Nein, scheiße. Nein. Was ist los? Ist irgendwas bei dir kaputt gegangen? Maudado? Geht, alles gut, Leute. Ich hab's im Schluss. Geht. Was ist denn bei... Ja. Weiter oben. Was ist bei Maudadididididilo los? So, jetzt. Hallo. Ist dir dein Essen runtergefallen? Du hast gerade ein Wassereis gegessen. Er ist gerade ein Steak. Und ich hatte das ganze Zeit im Mund mit diesem Plastik, weil ich klettert musste. Du hast ein Wassereis in der Aufnahme gegessen. Jetzt haben wir... Jetzt haben wir... Jetzt haben wir... Jetzt haben wir... Jetzt haben wir doch auch irgendwas gegessen. Aber doch nicht in der Folge. Doch. Was? Ja, aber nur weil wir 10 Minuten warten mussten. Ja. Ja, das hab ich halt genutzt. Ja. Und dann denken sie so, wenn ich jetzt 10 Minuten Zeit hab, dann kann ich in der Aufnahme essen. Warte, ja, ich kenne den Unterschied. Zum, der hat gesagt, ich bin eh ultra schlecht. Wow. Wann hat er das gesagt? Habe ich das gesagt? Ach nee, das hat er zu Klaus und Manu gesagt. Echt? Aber ich hab auch gemeint, weil ich noch schlechter bin. Also ich muss... Auf jeden Fall müssen wir immer noch zu zweit so einen Hack anspielen. Zum, der für deine vorlaute Fresse. Zum, der schreibt mich gerade an mit der Nachricht, lol, wie recht Maudado hat. Wie recht Maudado mit dem Zitieren meiner Aussage hat. Okay, wir brauchen zwei Pilze und dann kriegen wir einen Hammer, Leute. Hammergeil. Erst erst die Pilze, erst die Pilze, dann die Hammer. Leute, falsche Reihenfolge. Hä? Schau, denn es ist einfach... Ich hab den Hammer. Ich glaube, das kann immer ein Karma nennen. Dann ein Pilz und dann Hammer. Gestorben. Achso. Wir müssen einfach nur... Katze. Nee, das war nicht Pilz. Pilz, Hammer, Katze, Leben. Pilz, Hammer, Katze, Leben. Hä? Warum müsst ihr jetzt... Pilz. Achso, erst Pilz, dann Hammer. Pilz, Hammer, Katze, Leben. Hammer. Hammer, Katze, Leben. Es ist zu schwer, in eine Röhre zu springen. Hi. Hi. Ich totteile, das hat auch das Problem. Ja, okay. Das Problem was? Bist du da? Warte, nein. Ich will nicht rein. Warte. Ja, ich benutze euch. Ich benutze euch. Ich benutze euch. Ich benutze euch. Jetzt gehe ich rein. Oh, Mitte. Da steht dein Name. Oh, die Naka. Was? Hat das Ziel erreicht? Ja. Ich bin in der Mitte und das Ziel erreicht. Easy. Ja, aber wer gewinnt, hat verloren. Touché. Man kann nur als Mario gewinnen. Genau, als Propeller-Manual. So, dann wird jetzt der Schwierigkeitsgrad hoch. Ach, deswegen sind die Level so. Ja, dann dreh mal hoch. Ich frag mich schon den ganzen Tag, was ist denn geschehen? Das war normal, Mann. Das war ein normaler Level. Weil Maudado musste ja sein Eis essen während der Folge. Ja, aber Klaus hatte eine Folge normal, eine Folge schwer. Ach, nein, dann machen wir jetzt halb, halb. Ach so. Nein, aber da darf er auch nicht mehr zu. Ja, hast du hier ein Wassereis mit deinem Ohr gegessen? Hat er nicht später gesagt? Nein. Nee, aber es ist noch nicht schlimm. Eigentlich gefällt es mir, dass wir jetzt schwerer machen, weil die Level waren nicht. Nee, mir gefällt es nicht. Also ich fand das so schön, gerade mit euch da in den normalen Leveln zu sein. Ja. Der bin ich. Das bin ich? Ah, der bin ich. Also ich bin Mario. Ich sammel die Pilze auf, Leute. Ja, nehm. Oh, wow. Ich hole die Coins, ich hole die Coins, Leute. Du bist ja Coin Master, so gesehen. Nein, ich bin nicht der Coin Master. Aua. Ah, ich bin oben ergpatcht worden. Komm, Mario. Ich habe so Angst. Was ist, wenn der Coin Master kommt und mich umbringt? Also wer auch immer Tod ist, bist du nicht gestorben. Ich habe dein Geld aufgesammelt. Oh, nochmal Geld. Wer ist denn Todette? Ich? Sammel. Warum? Wann bist du denn an mir vorbeigekommen? Was ist das für ein Level? Richtig geil. Oh, Geld. Blablabla, 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 blablabla. Oh, Mario. Warum war das für ein Rassetis aus? Achtung. Bam. Alter, geht es euch gut? Okay, ich komme mit. Wenn ich die Blumen nehmen, verliere ich zu viel Zeit. Ich gehe die Ultraabkürzung. Same. Geht es euch gut? Oh, nee. Die Ultraabkürzung ist gefährlich. Die ist Ultra-easy. Oh, wir haben Leben bekommen, Leute. Richtig gut. Die ist Ultra-easy. Richtig geil. Ist die Linksverlust, seid ihr alle tot? Ja, habe ich. Ja, den nehme ich mal. Ja, Malu geht den Loser-Weg. Das Loser. Fucking Loser. Ich probiere es nochmal. Oh, ich bin falsch. Nice. Welchen Loser-Weg. Was willst du von mir? Du bist so ein Abgehör. Ich gehe nochmal den Loser-Weg. Ja, klar. Weil ich ein Loser bin. Du bist der größte Loser in Loser-1000. Ja, genau. Alles klar. Okay, ist nicht so. I fucked up. Ich bin so ein Affe. Oh, ich habe es geschafft. Ja. Du bist kein Affe, Malu. Doch. Du bist kein Affe. Nein. Ich bin noch Bluenstow. Ich bin noch Bluenstow. Ich bin noch Bluenstow. Ich bin noch Bluenstow. Weg damit. Alter, du fette Schicksal. Ich weiß nicht, warum mein... Ich möchte nicht fluchen, aber mein verfickter Charakter nicht hochspringt. Warum bin ich rein? Ja. Okay, ich bin dann. Ja, aber wirklich. Warte, nehme ich die Tür oder gehe ich weiter hoch? So. Was geschieht hier? Wo seid? Warum seid ihr da unten? Du hältst jetzt deine Schnauze. Ich kriege mich nicht konzentriert. Okay, sorry. Das tut mir so leid. Hallo. Hier, guck mal. Ich habe eine... Oh, warte. Ich wollte es nicht. Jetzt. Oh, ich wollte es nicht. So. Ach so. Ich bin da, Leute. Ihr könnt bei mir sparen. Ich bin so gut. Erst. Ich bin aber bei mir sparen. Was? Immer noch mein erstes Leben. Hilfe. Er ist da und er ist jetzt. Du bist so ein Affe. Jetzt hast du mich umgebracht. Oh. Ah, Manu hat mich umgebracht. Ja, sorry. Tschüss. Ja, Karma. Oh, sie lecker. Ja, ich bin tot. Okay. Ich bin Manuel. Ich habe dich sogar wieder weggeschoben. Ja. Hä? Hä? Schade. Läu. Er ist zu stark. Oh. Wo war Klaus? Ich habe zugeguckt. Ich habe mal kurz geguckt, wo Maudado ist, weil ich den nicht ausschließen wollte. So wie du. Bin ich auf so einen Notenblock draufgekommen. Ja, der ist doch eh wieder sein Eis. Das Gefühl kenne ich, Maudado. Nur warst du alleine. Oh, ich bin kein einziges Mal gestorben. Ich war auch kein einziges Mal gestorben, wenn ich da irgendwie auf einmal in mir gespawnt wäre. Ah, okay. Der Fehler ist, dass ich in dir spawne, nicht dass du in den Gegner läufst. Du spawne und wurdest tatsächlich fetched nochmal, also bist du ja vorher nochmal gestorben. Ah, schlimm bin ich wohl. Du bist sogar bei dem Loserweg zweimal. Nein, 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 nein. Beim Loserweg bin ich nie gestorben. Manu, kannst du mich tragen? Wer bist du? Ach, der, der, ja. Okay, danke. Ich lese kurz die Fallgeist-Patch-Notes. Danke. Ja. Was? Perfekt. Ah, weil, weil, kannst du mal spielen? Ich meine, okay, ich komme perfekt durch mit dir. Das ist echt schön. Verpiss dich. Alter, war das knapp. Können die... Nein! Nein, lauf! Ja. Mann, diese... Warum blenden die Sachen ein? Ja, geil. Warum helfen die uns? Nein, da kommen... Was passiert denn gerade? Ey, ohne Missen, Mario. Ach so! Was warten. Tschüss, Luigi! Warte, warte, ich lös die für dich aus, okay? Nein, wir brauchen die. Ja, aber damit er rauskommt. Ja, Pechka. Ja, er hat's. Schön. Ja, und jetzt kannst du in die Stachen rein. Nee, du kannst warten, bis die wiederkommt. Spreng, Mario! So, Mann! Es geht. Tot? Warum hast du mich geblockt? Ich bin stehen geblieben, ich brauche meine Zeit. Ah. Warum steppe ich schon wieder an der selben Stelle? Ähm, warum? Ich brauche meine Zeit, ich brauche meine Zeit, ich brauche meine Zeit, ich brauche mir noch was Eis. Oh! Oh! Der ist spotender bei mir. Ich? Wo? Ei. Du bist ja gar nicht am, du bist ja noch am Anfang, du Lappen, oder? Ah, nein! Okay, ich muss jetzt beim ersten spawnen. Okay, ich bin der Erste. Ah, nice, okay. Ups, ich bin Mario. Hahaha. Ja, du wärst auch gestorben, wenn ich gesprungen wäre. Das ist ein cooles Level eigentlich. Ja. Ja. Ohohohohoho. Wenn man spielen könnte, dann wäre das echt cool. Aua. Ja, wenn man springen könnte, dann wäre das echt cool. Oh, ich war gerettet. Nein, schon wieder derselbe Fehler, du bist tot. Oder? Ja, ich bin tot. Ach, Mann. Ach, Mann. Danke, Toad. Toad, du Marde. Was ist dein Wassereis? Das ist mein Wassereis nicht mehr, das ist weg. Oh, warum ist das nichts? Das waren die Blöcke, die verschwunden sind. Ja, hol dir mal bitte Neues. Das war nicht ernst gemeint. Das ist sehr nett. War nur ein bisschen traurig. Das ist hier nicht meine Aufnahme komplett. Aber die Plattform ist weggefahren wegen Marn. Warte, man muss nicht oben lang, man muss unten lang. Ja, aber die Plattform war nicht da wegen Marn. Wir konnten gar nicht. Du bist ja so ein Marn. Warte kurz, wir sterben. Ja, mache ich. Komm her. Hi, nein, ich bin bei Luigi. Ich war bei Luigi. Das war ein Fehler, ich bin jetzt im Ziel. Warte, ich will meinen Fehler wieder gut machen. Ich will nicht ins Ziel gehen, Mann. Ich will auch noch, das ist cool. Achso, ich bin ja am Ziel. Ja, geh rein. Nein, nein, nein. Achso, du hast mich reingeschoben. Ja, genau. Du hast mich reingeschoben. Meine einzige Bitte. Ja, ich wollte sie dir erfüllen. Ich habe gewartet. Du hast mich doch reingeschoben. Ich habe die nicht reingeschoben. Ich habe dich kurz an der Nase angefasst. Du stehst in der Ecke an ihm dran. Ich meine, ich habe es nicht realisiert, aber du hast mich reingeschoben. Ja, Lüge. Guck dir das mal an, Sommel, dann schreib mir du halt das Recht, Manuel. Also wenn das eh mal online ist. Ich zenn sie es. Ja, verpixelt so. Mach mal jetzt, dass es eh schon verpixelt ist. Ne, such mal von oben rechts und tu so, als wäre da was Wichtiges. Oh, ein Backtrack online. Aber the great, on-off Backtrack. Ja, wird bestimmt ein Spaß zu viert. Ich weiß nicht mal, was ein Backtrack ist. Ich kenne nur, wenn man mit seinen... Ja, on-off ist das schon epic fail. Soll ich hier oben warten? Also wir holen jetzt quasi rot, schalten es um und dann müssen wir zurücklaufen. Opfer. Ah. Oh. Je. Warte, ihr könnt ja warten, dann schalt ich für euch um und ihr seht gar nichts vom Level. Ja, dann sehe ich das Level nicht. Hier ist doch gut für deine Folge. Ja, stimmt. Hier bin ich. Hoi. So, mach's gut, Rudi. Fuck. Ja, mach's gut. Ich wollte, ich war so cocky. 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 Die Maden stehen da oben an der Röhre. Ja, klar. Wir beschwören uns. Ich schätze dich auch beide ein. Okay, ich... Bist du da campen? Sporn auch bei der Röhre. Ist das Level schon rum? Äh, ne. Ich bin... Ah, ich sehe eine Tür. Okay. Ich kann nicht mehr zu dir. Ah, jetzt. Ah ja, weil da eine Tür war. Das ist ja auch ein Prank. Und die, die warten werden, können nicht gewinnen. Nee, du musst ja mit den blauen Sachen nochmal zurück. Da sind ja... Ah, du hast das Level noch nicht gesehen, weil du die ganze Zeit oben stehst. Aber da sind auch blaue Blöcke, um zurück... Weil die ganze Zeit auf Kabel ist. Blaue Blöcke, um zurückzukommen. Ich bin tot, das war's. Aber ihr habt jetzt den Weg. Seid ihr da? Seid ihr im Ziel? Warten wir? Ja, okay. Lauft schon. Oh. Oh. Sollten wir mich reingeworfen. Oh, genau. Alles klar. Sollten wir mich reingeschoben. Ey, ihr seid jetzt so schemat, ne? Was für eine Troll-Folge. Ja. Ich glaube, das war die schrecklichste. Was ist die schrecklichste? Das ist doch die beste Folge, die wir jemals hatten. Das stimmt. Das stimmt. Leute, wenn ihr das auch so seht, dann könnt ihr das ja da lassen. Mit einem Like. Lol. Ansonsten schaut in die Beschreibung, da sind die anderen drei verlinkt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi.